hehehe hell yeah hallo und herzlich willkommen euer lieblings let's player ist wieder zurück mit einem brandneuen spiel das heute am dritten oktober rausgekommen ist wenn ihr das video seht ist allerdings schon der vierte oktober wahrscheinlich mit ziemlicher sicherheit ein spiel auf das ich mich schon sehr gefreut habe nachdem ich den ersten trailer gesehen habe und mir gedacht habe sofort wenn das rauskommt wasser display zu ich bin momentan wohl noch etwas krank auch noch etwas fiebrig deswegen das bitte ich zu entschuldigen aber ich muss jetzt unbedingt einmal spielen und eine folge aufnehmen ich habe allerdings ich drücke jetzt mal start ok mein spielstand hat es eh nicht mehr gespeichert warum auch immer ich habe quasi den ersten abschnitt schon mal schon gespielt hat vom sound her nicht gepasst ich hoffe jetzt passt sonst darf ich es nochmal machen deswegen weiß ich schon was jetzt kommt wir starten aber trotzdem einfach ein neues spiel und ich sage hell yeah king harry gibt die hölle mit eiserner pfote aber selbst in der hölle lebt keiner für immer king harry stund lang lebe prinz ash tyrannei monstern ketten das ist das leben aber jedes kannigle hat geheimnisse und der prinz steht auf ähnchen ah ducktator du bist im paparazzi skandal binnen weniger sekunden sind die bilder im helternet die bilder müssen sofort zurückgeholt werden schnell eine lösung 100 monster einfach alle um die ecke bringen payback zahltag ok das war das intro wir wurden also fotografiert wie wir mit uns im entchen in der badewanne saßen und wollen uns jetzt rechnen indem wir die 100 monster die die bilder gesehen haben töten super ein aufzug ins nichts und wo sind überhaupt meine lakaien schauen sich wo meine geklauten bilder an das werden die noch bitte bereuen wo sind meine königlichen waffen kämpfe vermeide ich jetzt wohl besser ja wir können uns noch nicht wehren wir sammeln nur schon mal ein bisschen geld ein das heißt den monstern sollten wir auch ausweichen ist da wer du wirst hilfe brauchen ja ähm ja wie gesagt viel können wir noch nicht machen es ist ein jump and run platformer also ein platformer ein jump and run aua das passiert wenn man dann doch gegner berührt ähm ja hey nestor mein treuer diener endlich ein bekanntes gesicht hallo sir wie geht es euch heute der kater ist hoffentlich nicht so schlimm testen wir doch mal die nüchternheit wisst ihr wie man rauszoomt was für eine frage na klar ich bin schließlich der prinz der hölle also äh wie geht das umgloch gleich mit c verkleinert ihr die ansicht so auch ganz wie der vater das wird ein langer tag ja wird's wohl also wir können jetzt mit c einfach nur raussuchen standbild weiß nicht ob wir das irgendwann mal brauchen so hier kommen wir noch nicht durch und da ist das tor mit 0 von 1 das heißt ein monster töten das tor geht auf äh ja boing 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 boi boi haha der prinz ist nackt hey was wer wagt es du bist nackt und du kannst mir nichts tun ich bin hinter einer wand wende kann man einreißen genau wie dein gesicht hey ich komme wieder oh ja das würde noch bitter bereuen wir kommen hier nämlich noch nicht durch aber das werden wir aua verdammt nochmal werden wir gleich ändern au verdammt nochmal oh so oh so 78 geld du ne bude hey nestor hast du noch mehr nervige kommentare wie hier alles funktioniert nein sir ein geschenk von eurem toten vater ihr wisst doch von seiner geheimliebe für das aufmotzen von gadgets bitte sagt dass ich damit monster zu breit schlagen kann will haben mit der rechten maustaste plus wer ist die könnt ihr wände und gegner zerstören zieht los gadget meister bang 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 so da jetzt musik ich muss mal ganz kurz okay auch da jetzt die fette musik einsetzt hat sich nichts an den einstellungen geändert deswegen hoffe ich dass es diesmal klappt vom sound her so ja und wir können jetzt wir müssen über nichts mehr drüber springen wir können einfach überall drüber fahren so gehört sich das für den prinzen der hölle oh yeah mit unserem schnetzelrad und ja so gehört sich das so da ist auch schon unser monster das uns vorher noch ausgedacht hat und ja schnetzel und squeeze it oh yeah nein nicht oh yeah hell yeah damit haben wir das erste Tor offen und können weiter des Weges so auf zum nächsten boss monster natürlich nehmen wir noch ein bisschen Geld mit den Dingern weichten wir eigentlich normal aus au okay das ist wohl das zweite Viech das auf die Fresse will komm her ha 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 beam o blaster on wir treten in die Pedale laden die Batterie und hell yeah ach so ja das habe ich vergessen es gibt den monster index äh proi proi wallace e bean manchmal wenn du gegen Freunde spielst und ihnen Müll auf ihren Bildschirm schickst geht etwas davon verloren und landet hier und von da an geht's bergab splatterso ernest o stanford ernesto wurde immer von den fiesten Kindern in der höllenschule rumgeschubst dann hat er angefangen sein Pausengeld für seine kleine für eine kleine Modifikation zu sparen siehst du sie ja ein scheißhaufen mit einer Kindensäge wie geil alter so da ist auch schon das nächste Monster das wir plätten und one zwei three oh yeah der Metzger ist wieder hier nein hell yeah der Metzger ist wieder da und drei von drei cool ich habe den Weg freigemacht die guten alten Höllentore laben sich an die peinlichen Seelen ich mag sie bam oh yeah verdammt hell yeah ja ja ich muss die Türen zeigen an wie viele Monster ich befreien muss dann öffnet sie sich hoffentlich ja schauen wir mal drei von fünf Hammer zwei fehlen noch King Crabstick Quentin Montano du wärst auch angepisst wenn du ein Riesenauge wärst und an Wänden hoch und runter raxeln müsstest so viel Staub und Spinn weben der wird man ja nie fertig oh yeah ich höre schon wieder unser Nester ich bin's nur so dürfte ich euch wohl das Radar vorstellen Radar? was zur Hölle soll ich denn damit anfangen? sehe ich etwa so aus als wolle ich sieben magische Steinchen oder so sammeln? auf dem Radar seht ihr wo sich Monster befinden äußerst praktisch Sir ja mit dem Radar können wir orten wo Monster sind allerdings ist zumindest das erste ich weiß nicht was noch kommt jetzt nicht so weit verzweigt und kompliziert als dass ich da ein Radar bräuchte darf es nicht berühren Kanickel und Elektrizität vertragen sich nicht darum kümmere ich mich besser von weitem ja das ist ein Gegner dem wir momentan noch nichts anhaben können und das ist die gute Miss Fontaine ich weiß wer du bist du bist der verfluchte Prinz für dich bin ich immer da das ist doch schön ja hier können wir uns im Blut baden und Engel mit riesigen Brüsten in die Luft steigen sehen äh ja das zeigt das füllt unsere Lebensenergie wieder auf wow so ach ne halt oder doch ach so nein 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 Kapitalismus total ja wir müssen shoppen gehen genau wir haben unverwüstliche Gegner wenn man unverwüstliche Gegner hat sollte man shoppen gehen so als nächstes als erstes erledigen wir den hier nein fuck it das passiert demannsverhaut Achtung und BAM Splash hell yeah so noch ein bisschen mehr Geld weiter nach unten und äh hier können wir shoppen gehen wir kaufen uns die Missiles und wir kaufen uns den Musikliebhaber bringen die Rechnung und raus genau wir haben äh eine schicke Perücke auf also wir können hier verschiedene Anpassungen vornehmen Musikliebhaber ist der erste den wir gekauft haben und wir haben also das ist unnötig aber ich find's irgendwie dann doch lustig so da ist der nächste Gegner der uns äh auf den Sack geht äh die Mooney ist voll aufgeladen kiss my ash kiss my ash genau with love ash boing da kommt der liebes tote Hasenengel spike dich an die Wand und schickt nochmal 50.000 Pfeile hinterher hell yeah und damit öffnet sich auch dieses Höllentor und wir haben zwei neue Einträge Mickey Coral Myron Nance Myron ist genauso gestorben wie er gelebt hat lächerlich bekleidet sehr schick super duper fly Zane Scruggs Zane liebt sein Leben als Zane liebt sein Leben als Fliege in der Hölle die Auswahl am Abendessen ist die Meinung besonders hat er sich auf die Überweste von Splattersohn gefreut aus welchen Gründen auch immer ich sag dir warum weil das ein Scheißhaufen ist so wir gehen einmal hier rüber hier gibt es nämlich noch jede Menge Hä Moment Komme ich denn dadurch momentan scheinbar noch nicht okay und hier durch da wir jetzt die Knarre haben können wir auch das Hirn aus der Ferne attackieren im Umgang mit Gehirnen empfiehlt sich Ruhrgewalt aus der Ferne wenn man nur eine Taste drückt gibt es kein richtig oder falsch stimmt's ähm naja kann man jetzt so oder so sehen wie lange lebt ein totes Karnickel im Durchschnitt zwei Jahre sieben Jahre over 9000 oder WTF Quiz of Doom Karottenraketen hell yeah das blättert doch ganz schön du ja sehr nice damit öffnet sich auch jetzt das letzte Tor mit dem wir zum Bossfight kommen zum ja zum zum Endgegnerfight vorher nehmen wir noch eine Blutdusche schicken noch mal ein paar dickbusige Engel in die Luft und äh machen uns auf wir betreten mit E wir betreten mit E es ruckelt gerade ein bisschen ist sehr schlecht hallo danke so fué go go ouch das tut weh diese Decken hängen viel zu tief was sagt die Arbeitssicherheit denn dazu dafür ist es schon zu spät sonst ist aber nichts passiert oh es geht schon danke der Nachfrage also wo waren wir stehen geblieben ich bin gerade erst gekommen zum Bosskampf mein erstes Mal um genau zu sein ich komme nur weiter wenn ich dich besiege das ist ja schade du bist eigentlich nett wollen wir wir sollten wohl ja halt meine Bilder hast du sie Bilder ich fürchte nicht nein wäre auch zu schön gewesen also packen wir es an soll ich vielleicht ein paar furchterregende Geräusche anfangen meine Freunden meinen Freunden zufolge ist meine Bossstimme ganz ordentlich hell yeah okay oh so wir beschießen den einfach mit Nukes so lange bis er das hier macht dann müssen wir dem Zeugs hier ausweichen dann nach hinten weil er schnell angreift und das ist das Pattern auch schon mehr ist es gar nicht das war auch schon die erste Runde ab auf Ebene 2 Ebene 2 ist aber auch nicht wirklich viel schwerer uns wird angezeigt wo er ist wir halten einfach weiter drauf ich weiß auch nicht ob wir nein wir machen so keinen Schaden dann schickt er elektrisierte was auch immer auf uns von denen wir uns allerdings fernhalten sollten wo ist er denn äh da so das war die zweite Stufe und ab geht's zur dritten so die ist ganz lustig rein mit F X zu verlassen X X nicht dass er uns hier noch erwischt schnell hier rein na komm her nein nein was tust du Gegner komm auf geht's jetzt hab ich dich einfach draufhalten immer draufhalten einfach draufhalten und hell yeah boom baby mein plan verläuft ganz prächtig bis jetzt hey was war das denn ja na los Junge Augen zu und spring wir baden uns erst nochmal im Blut und äh ja hier werde ich die erste Folge beenden wir sehen uns in der zweiten Folge und ich sage nur hell yeah eher ja ne